Fuchs, Kacke, Alarm schreit, das kann man doch nicht schreiben, sei ja, das Ding heißt aber so, hab ich doch nicht erfunden. Fuchs, Kacke, Alarm schreit. Ja, musst du mal bei Google eingeben. Oh ja. Der Hund soll lernen, also folgende Situation, der Hund soll lernen, dass das Futter am Boden gefährlich ist. Monster gefährlich, deswegen Situation, wenn es da unten irgendwie Kacke oder sowas liegt und der Hund schnüffelt daran, dann sollst du hingehen, den Hund beiseite schieben, deine Leine nehmen und du das Futter erschließt. In die Kacke. Ja. Daneben. Du sollst natürlich daneben haben. Ja, deine Vorbereitung. Ja, ja. Also ich bin ja, es gibt es, es gibt es tatsächlich, du sollst das Futter schlafen. Übermarkieren.